...Sperrlich! Immer wieder schön, wenn ich dabei sein kann. Besonders mit so einem Outfit. Wie erträgst du das eigentlich, Wolfgang? Okay, deine Frau ist hier. Ringe immer nicht gut. Aber guck mal, Tami, da oben hast du Fans. Das ist meine Frau. Achso. Okay, also, du darfst stehen. Am Bass, schon seit vielen Jahren dabei, ein herzliches Willkommen an Jörg Kikone. Ich habe ihn gerade schon ein bisschen erwähnt, am Keyboard, halt eben der für Keyboard zuständig ist und für die dazugefügten Sounds, die wir auch auf der Bühne brauchen. Das ist Wolfgang Conne. Schön, dass du dabei bist. Applaus Wir haben ihn auch schon gehört bei der Unplug-Session mit der Akustik-Gitarre. Musst du wieder an mich ran? Okay, ich kann noch reden, wenn du... Also, an der Akustik-Gitarre... Ja, komm zu mir. An der Akustik-Gitarre und natürlich an der Elektro-Gitarre. Meine Damen und Herren, das ist... ist... Lass immer! Ich fühle mich sehr die ganze Zeit an der Rumpfummel. Das ist... Nessi... Ness-Freund. Thorsten Nessi. Ähm... Geil! Ich kann doch... Nessi, ich kann doch gar nicht so schnell eine Batterie entladen. Ich kann doch keinen Herzschritt machen, ich kann doch gar nicht so schnell... Und... Last but not least. Der Mann, der für den Rhythmus zuständig ist. Ganz, ganz wichtig in der Musik. Der Mann an den Drums, am Schlagzeug. Nick Schafschwert! Das ist auch... Ich bin auch... ...verantwortlich für den Sound und Technik. So wie Nessi hier. Und, äh... Wir machen einen Schritt.